So hallo zusammen auf meinem Kanal, jetzt ist ein neues Video von mir. Ich möchte heute nochmal die Schöße nutzen, ich möchte euch alle Weihnachtsschäden vor der Tür und möchte euch alle wunderschöne, besinnliche Weihnachten wünschen. Feiert schön mit eurer Familie, lasst euch was leckeres schmecken, könnt natürlich dazu in Weihnachten ist ja fast das wichtigste in Weihnachten, leckeres Essen, natürlich alles nur im Rahmen vom Erlaubten ist ja gerade nicht so ganz einfach mit der Situation wo wir gerade hin, aber macht einfach das Beste draus. Dann natürlich, wenn Weihnacht vor der Tür steht, steht auch Silvester vor der Tür, der Jahreswechsel dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr, bleibt alle gesund, ja. Natürlich geht ein Gruß groß an meine Abonnenten, meine Nicht-Abonnenten, denn ich habe ja, muss ich aber mal so sagen, ich habe gerade 80% von den Leuten in meinem Video geschaut, sind leider keine Abonnenten von mir. Deswegen geht ein Gruß natürlich auch an euch, nicht an meine Abonnenten, auch an meine Nicht-Abonnenten. Schöne Weihnachten, ein guter Rutsch ins neue Jahr, ein gesundes neues Jahr, vor allen Dingen, bleibt gesund. Und dann möchten wir zum Abschluss noch eines sagen, und zwar, es würde mich wirklich sehr freuen, wenn gerade ein Teil von den 80% meiner Videos schaut, wo keine Abonnenten sind. Und wenn ihr schaut meine Videos, dann gefällt euch auch meine Videos, würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch vielleicht mal dazu durchringen könntet. Einfach mal auf den Abonnenten-Button klicken. Es kostet euch nichts, tut euch nicht weh. Ich würde mich freuen, ja, das war's dann auch schon. Natürlich, ihr müsst mich nicht abonnieren, aber wie gesagt, wenn ihr meine Videos eh schaut, dann könnt ihr auch auf den Abo-Button klicken, ja, das würde mich sehr freuen. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten. Feiert schön an eurer Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das war's dann auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.